So, weiter geht's Äh, ich glaub da hinten ist ein Grein-Kiss von... Hinten? Oh ja, hinten ist was Und ne Falle wurde ausgelöst Oh Oh Und die geht irgendwie nicht weg Zwei Beine hab ich noch Ich hör nen... Oh oh Nichts, nichts Hab ich doch gesagt Noch einer Die sind immun gegen Feuer Ab ins Feuer mit dir Wer schießt denn hier mit TNT? Oh, ja der hier tut mir ab Der fängt mir Boah, komm ey Wie kommt denn der hier Ach, da ist ja alles voll ey Super Genau Ich lasse jetzt alles erstmal brennen Ben, brauchst du auch nen Bogen? Ne, wa? Brauchst du auch nen Bogen? Also du kann ich aus den restlichen Fallen machen? Ja Ja Karo, stimmt's zu? Äh, ja Eine Frage, habt ihr schon mal nen Fire-Spec in TNT-Sword? Also eigentlich das Feuer macht? Ja Ja Mit Rückstoß Dieses Feuer Knockback ist auch... Ich hör übrigens nen Zombie bei uns In der Nähe von der Base, ja Also ich bin mir nicht sicher Ob der nicht da ist Irgendwie im Untergrund, ja So Ich werde mir jetzt auch mal mein Ding verzaubern Dein Schwert? Ja Äh, ich hab Glowing 20 Hat mir das letzte Mal auch Glück gebracht Ja Looting 1, Sharpness 2 Naja Besser als der Wo auch? Wo ist die? Verschließ mal an, der ist Lightly-Zone Hier, 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 hier Hast du auch noch leere Fallen? Ne, oder? Die kann ich nicht aufnehmen, ja Hinten Viel Hinten viel Hinten verteidigen Überall verteidigen Bin gleich im Arsch Oh Das ist so für ihn Was was picked to death? Und vielleicht die Falle Kennst du, kackst du? Ja, hier unten ist ein Zombie, oder? Wo? Hier in der Lava Der schwimmt da Alter Du hast mich schon wieder getroffen Du weißt, dass das ordentlich Schaden macht Der schwimmt in der Lava Oh, da hinten ist ein Tank Greift mich an Der ist tot Ich rede nicht von Tank Kommt, kommt, kommt Oh, Alter Alter Die stürmen immer so heftig an, die Kerle Ey Äh, Pizzi Stirb jetzt einfach echt Oh, nimm Bilder Kann ich mal fehlen Gummibären Hüpfen dort und überall Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst Woa 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 Er ist so wie ein Superhuski, ne? Er stirbt auch immer oft Ja Deine Sachen sind hier wahrscheinlich irgendwo Ja, die sind ja Links Noch irgendwo fallen? Links hinten Boa Woa Boa Drei Spinnen Ja Hilfe Hüalrl Ah Ich glaube, manche gerne durchraschiert Ich muss ihn durch die Twerblocken Nicht Ich Geht Hier nämlich noch was hier Oh Puh Wir sind so Oh, scheiße. Das wissen wir schon. Oh, ne. Oh man, die muss jetzt sein. Hier sind mehrere Threads. Ja, dann bau sie ab. Ist ja aber schuld, wenn du in meinen Morgenstern reinläufst, das ist übrigens deiner. Gummibären hüpfen hier und überall. DJ, hast du noch Glowing-Teile? Ja. Ich hab auch noch 5. Ich brauch noch genau 5. Für noch eins. Habt ihr hier grad jetzt unten gesessen? So, ich hab mir hier alle... Hallo. Warte, ich hab noch eine. Ah! Super. Äh, rechts. Ich kommin! Ich kommin! Hier sind auch 2 Knives. Ich komm mal schnell rein. Yeah, 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 yeah. always hardcore doch will ich weil wir das da unten geflutet haben es kommen mal wieder bilder die sind bestimmt unterirdisch ich hab doch hier rechts hier rechts oh ja riesenwelle die musst du da musst du deinen bogen spannen und dann einmal quer durchfeuern dann sind die alle verbrannt ja nur im moment ist leider regnet ist und da werden wir gleich wieder ja nachteile halt wo wir nicht spielen überall krass scheiße krass scheiße zurück aber wir haben keine probleme tanks rechts hinten rechts komplett 666 mobs habe gekillt regen ist es echt schwierig zu kämpfen alter ich habe hunger verdammt dj ich komme habe ich auch nicht gemacht ja das war irgend ich habe das gefühl dass die zombies ab und zu furzen und dann brennt das hatte ich schon öfter das einfach anfängt zu brennen kann man den nexus eigentlich mit pistons verschieden ich weiß zwar nicht warum aber könnte ja mal machen wir haben testen hallo shockwave willst du mitmachen ach du bist ja der game channel achso hallo game channel nix aber und so trifft es einfach nicht hinten geradeaus ich habe noch zehn ich glaube noch nicht die lander die schüttel schüttel mit dem den geniehen gebrauchen was alle man auch gebraucht auch nicht doch dies extrem gut wenn taugelter unter fünf zum spiel kräftet also ich finde verschwendung als er wieder fünf zombies sind machte alle fünf eimer platz Das Ding kann in einem einzelnen, ist es schwach, aber mehrere. Hier. Ach, dann mach ich's mit den Dinger halt selber. Mit dem Regen hat das irgendwie so einen mittelalterlichen Charakter. Hier versucht sich ein Bilder. Oh, ich schau mal, wieder ein Bilder. Depp. Wow. Waaah. Oh, moin. Man hat richtig gesehen, wie sie sich angestrengt hat, das Spinnenei zu machen. Schon wieder 12 von den Glowing. Unser Eisen wird klappt. Du kannst Eisen dann ja später wieder machen aus dem... Ich kann Eisen mit Rift Flugs machen, jo. Mit wie viel Rift Flugs eigentlich wie viel Eisen? Ein Eisen mit... Ein Rift Flugs ist vier Eisen. Wieso haben wir eine Tür in unserem... Ich bettel hier gerade. Noch ein paar Fallen bauen? Ne, Fallen bringen kaum was. Ich lade wenigstens noch die zwei Dinger auf. Stehst halt genau im Lever drin, weißt. DJ, hast du das jetzt aufgemacht, das hier? Ja, hab ich absichtlich, damit ich sie hier... ... beschneiten kann. Kann schon von oben. Ja, hier hab ich noch besseres... Aiming. Aiming. In Minecraft. Ja. In Minecraft. So, dann mach ich's noch wieder zu. Oh, ich hab'n... ... gespannten Bogen... Na... Arsch. What the fuck? Ich aim von hier oben auch ein bisschen besser. Hehehe. Oh. Rechte Seite, ein Creeper. Höchste, rechts, X. Ist er irgendwie schon weg. Irgendwie ist er weg, ja. Oh, von hinten kommen Pigments. Ohne Spinne. Die war noch ganz oben. Okay. Jojo. Von hinten kommen einige. Die graben sich doch bestimmt unten durch. Aber man hört sie nicht. Ich hör Zombies hier, aber ich... Ein Skelett hat mich getroffen. Krieg! Der Regen ist echt hinderlich, wegen dem Feuer. Kann jemand mal hinten Nahkampf machen? Ja, gut. Ja. Ey, kein Fall, der Mensch. Nice. Okay. Oh, bei mir fallen schon wieder die Sounds aus. Komm, lauft mal über die Pfeilen hier, ja. Schön macht ihr das. Piuupiu, Piuupiu. Kein Ei, kein Ei, kein Ei, kein Ei, kein Ei. Stopp Ei, rennen. Hinten links kommt ne ordentliche Horde. 5 Milliarden Minispin. creeper links unten was auf rechts creeper zurück zurück hinter dir hier es wird langsam viel bei welcher welle sind wir denn 25 sehr so noch fünf level und es geht richtig ab waren genau dann wenn sie da alle durchlaufen ja kannst du mir noch einen bogen machen moment ich habe einen guten ja da müsste bald aus sein ich habe meinen bogen auch verzaubert und kein glück gehabt wir haben im moment keine monster doch im tank ich muss ihn mal rausnehmen weil laden fallen traf ihn irgendwie nicht also fallen sagt es sind überflüssig dann ziemlich feuer fallen machen feuer fallen weil die machen doch gebiets schaden ja am eingang sehr praktisch um uns in die luft zu jagen nein um falls sie alle dann weil später kommen die alle rein dieser scheiß tank hier ist noch im tank sammelt mal ein da liegt so viel zeug rum sie doch ganz gut aus für meine kuh treffen ich habe mir mal ein paar freilein rechts hinten rechts hinten und wenn der regen mal aufhören würde wäre es einfacher ja weil dann auch mal feier ist export gehen würde vorher hat es geregelt boah scheiß regen von hinten ist es oh von hinten ja ich habe einmal quer durchgeschossen warte boah da liegt noch eine falle die leer ist oh ist gewittert ach was diamantarmor ist fast kaputt da hast du keine gute verteidigung meine ist noch fast voll meine ist auch noch fast voll ja du bist auch die ganze zeit in der base ist noch nicht so schlimm bis unterhalb ich bin halb und fertig ich habe gerade einen ganzen stack pfeile verballert ich bin jetzt das eher die erste runde ums neil von oder oder ja drei runden am snipern ja ja 2400 hatten wir beim letzten mal ne 3400 oder 2400 da liegen noch 14 fall 14 fallen hier ich habe noch mal Peile hier kriegst du da dann ach genau dann wechselt sie die richtung na du stirbst doch eh also eine war aus dem nexus nicht aufladen die sind dumm die fallen wir machen feuer fallen naja die nexus fallen sind eigentlich schon gut aber die flammen fallen sind doch effektiver ja aber davon braucht da äh rechts vorne bitte krieger das war ein voller headshot die kommen sogar mal vorne zum eingang wow kommt dicker habe ich schon gut vorbearbeitet vorne kommen das erste mal oh genau dann geht er runter geht mal da noch bisserl weiter vor rechts vor da sind habe ich ganz viele gekillt ich vergesse das wichtigste was wäre die stimme tü 1 wie ich denn Oh man Hey, endlich Creeper von vorne Ey, ist das so buggy? Links? Ja Oh ja, da sind wirklich viele Boah, hast du es gesehen? Das sind die Pfeile, die das machen Okay, ich muss jetzt leider weg Das ist natürlich nicht gut Ja Auf geht's bei denen Na gut, also dann, tschau Wieso kann ich die Pfeile, die du schießt, nicht einsammeln? Weil ich getroffen habe Nein, hier liegen voll viele deswegen An Blöcken Ja, wenn man trifft, dann kannst du sie nicht einsammeln Ich höre den Zombie Hört ihr ihn auch? In der Base? Nein Ich höre ihn Ich höre ihn nicht Doch Hier 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 wurde lauter Also im Keller ist nix Ich höre ihn ganz nah Hier ist er Wo? Wo war er denn? Guck mal hier bei Hier Wo ich bin Im Loch, oder was? Hier drinnen Ja, hier Ein Loch Gerade Okay Okay, okay, okay Ach Es ist diese Mine, die war da noch nicht ganz Boah Hier sind voll viele Pigments Die immer in der Lava sind und nicht sterben Oh Mann Ich will auch kommen Ups, tschuldigung Ach, ihr seid da beide unten? Hier unten höre ich noch mehr Hey Wolltest du das auch, Ben? Ja Ich bräuchte mal Uh, da ist ne große Spinne Boah Die Spinne wills unbedingt Sie will es unbedingt Sie will es unbedingt Ihr müsstet auch die Oberfläche weiter verteidigen, gell? Hinten kommt ganz schön viel Ich weiß Ich brenne aus irgendeinem Grund Oh ne, du tust mich nicht Oh mein Gott Viel Pigments im Wasser Hinten im Wasser Ja, ich weiß Ja, ich weiß Brauchen wir rote Pilze Ja Ja Boah, ich hab schon keine Sounds mehr so Viel Feuer liegt hier rum Ich bin im Moment ganz alleine am verteidigen, oder? Ich verteidige auch Oh, ne'n Bauarbeiter Ja, genau Wo war der? Wo war der? Der ist rechts, äh, hat sich ne Brücke rüber gebaut Tod Tod Ich glaube nen Tank Scheiße Linke Seite Linke Seite Ich komm da nicht rüber Ich komm da nicht rüber Ich bin da Tank Drei Stück Drei Stück Und jetzt sind wir schon Runde Drei Äh, 29 Ja, also jetzt wird's echt Äh, hinten, hinten, hinten Boah, hinten kommt ganz viele Ja, ich versuche sie auf mich zu lenken Ich schieße mal Wie schaut's links aus? Wie sieht das links aus? Links ist clean Ah, hast du mich gehauen? Ja Ich? Ne, du doch nicht Willst du mich von da oben hauen? Ja, halt du lieber den Überblick, Pierre Wir sind deine Stoßtruppe Du musst uns koordinieren Ich muss noch was essen Du musst uns koordinieren Und was essen? Du musst gar nichts Oh man, ey, das waren jetzt zwei Megawellen Bauen wir mal die Falte ab, genau Und versuch, dass sie nicht in das Feuer fällt Hast du sie? Meine Winter ist voll Okay Links, äh, rechts kommt eine Spinne Links kommt auch welche Ja, eine Spinne, aber links kommen viele Sehr viele, sehr viele Oh, yo, ich komm auch Nein, bleib du oben Zu spät Ey, nicht mir in so ein Näher an mich ranlaufen, ey Spinnst du? Da hau ich dir voll eins rüber Nutz doch mal das Feuer Pia Wer soll jetzt die anderen Richtungen beobachten? Ich mach das Ne, du bleibst unten bei uns Ich hänge im Block weg Springen Ja, ich kann so viel springen wie ich Geh mal zurück, Pia, zurück Ja, ich hänge auch fest Super